Willkommen zur Buster 2013. Ich bin Judith Lungstraß, Redakteurin bei Windows Developer und ich sitze hier mit Matthias Fischer von ITVisions. Hallo. Matthias, du hast ein Kochbuch zu Windows Phone 8 geschrieben. Was ist das denn genau? Ja, Judith, so ein Kochbuch ist genau genommen eigentlich eine Anleitung, wo ich zeigen möchte, wie man nach einem Rezept eine App aus den einzelnen Komponenten zusammensetzen kann. Und ich möchte den Leser gern begleiten von den ersten Schritten vom Installieren der Arbeitsumgebung bis hin zum Erstellen einer vollständigen App auf seinem Weg beim Programmieren einer professionellen Applikation. Ja, du beschreibst ja in deinem Buch die Entwicklung nativer Apps. In welchem Fall sind denn solche nativen Apps überhaupt sinnvoll? Native Apps haben besonders immer dann einen Vorteil, wenn man den Programmcode zwischen verschiedenen Plattformen im Microsoft-Umfeld sharen möchte. Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, eine native App, die man für ein Windows Phone entwickelt hat, ohne wesentlichen großen Aufwand, relativ leicht auch auf einem Windows Tablett zu benutzen oder zu verwenden. Alternativ kann man die App natürlich dann auch von einem Windows Tablett relativ leicht auf ein Windows Phone übertragen. Und wenn man möchte, kann man mit ein klein wenig mehr Aufwand diese Applikation auch auf dem Desktop-Bereich benutzen. Das heißt also, die nativen Apps sind besonders dann vorteilhaft, wenn man im Besonderen auf mehreren Plattformen der Microsoft Windows 8 Plattform unterwegs ist. Haben denn die eingeschränkten Schnittstellen von Windows Phone im Vergleich zu zum Beispiel Android nicht auch viele Nachteile? Ja, eigentlich Nachteile kann man nicht so direkt sagen, weil die Einschränkung der Schnittstellen bietet eigentlich eher Vorteile. Zum Beispiel bringt man dadurch eine höhere Sicherheit in das ganze System, indem man verhindert, dass bestimmte Funktionen überhaupt aufgerufen werden können, die das System entweder instabil oder möglicherweise auch gefährden könnten. Auf der anderen Seite ist es so, dass man dadurch, dass das Multitasking auf dem Windows Phone ja nur ein Pseudo-Multitasking ist, kein vollständiges Multitasking, gibt immer nur eine Applikation, die jeweils im Vordergrund läuft. Man verhindert, dass die Batterie zu schnell leer wird. Das bedeutet also, wenn ich jetzt mehrere Applikationen ständig im Vordergrund und Hintergrund laufen lassen würde, hat die CPU deutlich mehr zu tun und würde deutlich mehr arbeiten müssen und damit wäre der Akku viel früher verbraucht. Beim Windows Phone ist die Sache eben so, dass immer nur eine Applikation im Vordergrund laufen kann und die anderen Applikationen im Hintergrund werden gestoppt, angehalten und diese Einschränkung führt an der Stelle dazu, dass der Akku sehr viel länger hält. Einige Windows Phones zählen ja auch mit den besten Foto-Handys auf dem Markt. Wie wichtig ist denn dieses Argument überhaupt? Ja, gerade Fotografie ist heutzutage bei den mobilen Telefonen ein sehr interessantes Thema, weil inzwischen die Fotoapparate, die in den Handys verbaut sind, durchaus konkurrenzfähig sind mit kleinen Kompaktkameras. Und aus meiner Sicht ist die Handyfotografie eine der interessantesten Betätigungsfelder für App-Entwickler im Moment, weil es hier noch sehr viele Möglichkeiten gibt, verschiedenste kreative Apps sich auszudenken bzw. zu erstellen. Was würdest du abschließend Entwicklern empfehlen, die in die Windows Phone-Entwicklung einsteigen möchten? Ja, also zuerst würde ich mal empfehlen, mein Buch zu kaufen. Und anschließend wäre meine Empfehlung, zunächst erstmal zu versuchen, erste kleine Applikationen zu erstellen und diese dann auf ein Telefon zu deployen. Da gibt es zurzeit eine wunderbare Möglichkeit, bei den Kollegen von Nokia, sich ein Entwicklergerät auszuleihen. Den Link blenden wir hier unten ein. Und auf diesem Entwicklergerät kann man bereits erste Schritte gehen. Und diese ersten Schritte kann man zum Beispiel zusammen mit diesem Buch oder mit anderen Tutorials aus dem Netz ausprobieren und kann dann nach und nach Thema für Thema beim Windows Phone sich erarbeiten. Ja, dann vielen Dank Matthias und Ihnen noch viel Spaß auf der Basta.